Moin seien und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrub Mechanic Und wir machen weiter mit dem Star Wars Projekt Shuttle Lambda Nachdem wir in der letzten Woche mit der Villa weiter gemacht haben geht es jetzt weiter mit Shuttle Lambda Ich habe hier hinten ein bisschen Offscreen noch was eingefärbt Ihr seht das beim Antrieb habe ich noch ein bisschen was verfeinert, ein bisschen weiter gemacht, ein bisschen weiter gebaut Und ja, das ist jetzt erstmal für den Moment abgeschlossen Heute möchte ich mal etwas anderes zeigen Und zwar habe ich ja bei der Villa in den letzten paar Folgen euch gezeigt Wie ihr aus Teilstücken eines sehr kompliziert aufgebauten Ganges mit ziemlich kompliziert aufgebauten Blöcken Einen langen Gang erstellen könnt Indem ihr einfach das Ganze auf den Lift nehmt und dupliziert Das gleiche möchte ich jetzt hier mal machen Und zwar zeige ich euch heute wie ihr Flächen auf dieselbe Weise ersetzen könnt Weil diese Fläche die ihr hier seht besteht ja aus einzelnen Blöcken Die besteht ja aus diesen Blöcken hier Ich ziehe die mal hier unten rein Diese Blöcke sind das, aus denen diese Fläche hier besteht Und ich möchte ja, dass die gesamte Fläche, die jetzt noch aus Holzblöcken besteht Ebenfalls aus genau diesen Blöcken besteht So, jetzt wäre es natürlich recht zeitaufwendig Wenn ich hier erst die Holzfläche erst weglösche und dann da diese einzelnen Blöcke platziere Und da müsste ich ja jeden Block einzeln setzen Da müsste ich die auch noch einzeln einfärben Ja, weil man kann sie ja nicht Man kann ja nicht in den Quadrat aus diesen Blöcken einfach aufziehen Ja, das geht ja nicht Man kann die ja immer nur einzeln platzieren Das heißt, ich habe jetzt etwas vorbereitet Und zwar habe ich folgendes vorbereitet Ich baue mal hier den Lift auf So, und dann laden wir das mal, was ich vorbereitet habe Und zwar habe ich etwas vorbereitet Ich hoffe, das ist noch gespeichert Müsste aber eigentlich, ich glaube, das ist es hier, ne? Genau, das ist es Und zwar eine Blockreihe 48 Blöcke in der Breite Und 4 Blöcke in der Höhe quasi Also, oder beziehungsweise in der Länge So, also wenn wir das hier jetzt als X-Achse betrachten Und das hier als Z-Achse Dann ist X 48 Und Z ist 4 Blöcke lang Und das kann ich jetzt mehrfach laden Ja, also ich kann jetzt das hier erstmal den Lift löschen Dann kann ich sagen, ich nehme das jetzt den Lift Und ich lade mir dieselbe Blockreihe nochmal hier rein So, dann lösche ich den Lift hier auch wieder weg Und dann kann ich mir mein Schweißentool nehmen zum Beispiel Und kann aus dieser 48 mal 4 Reihe Eine 48 mal 8 Reihe machen So So, genau Und jetzt habe ich das Ganze quasi verdoppelt in der Länge Ja, und jetzt kann ich mir zum Beispiel hier Unter meinem Raumschiff Eine Reihe entsprechend frei löschen Das geht jetzt hier nicht Weil hier sind ja jetzt die Stelzen Die muss ich jetzt frei lassen Hier sind ja die Landesstützen Die fahren ja aus Das heißt, die kann ich jetzt nicht einfach weglöschen Ich muss jetzt hier hinten anfangen Dahinter quasi Und gehen wir mal so hier mit dem Auswahl-Tool Dann kann ich jetzt hier anfangen Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Genau, dann lösche ich mal hier rüber So Muss nur gucken, dass ich jetzt nichts Essentielles weglösche Sieht aber gut aus Das müsste sich eigentlich alles gegenseitig stützen Hier an der Stelle Da dürfte ich keine tragenden Elemente zerstören Weil da muss man nur ein bisschen gucken Dass man oben nicht irgendwas dann in der Luft hängen hat Was dann irgendwie nicht mehr supported ist Deswegen habe ich jetzt auch nur solche Reihen gemacht Und nicht irgendwie hier die ganze Fläche ersetzt auf einmal Das könnte man theoretisch mit der Methode auch machen Aber ich dachte mir, ich gehe lieber auf Nummer sicher Und mach da nicht irgendwas kaputt dann oben Ja Und das ist im Prinzip, ist das genau die gleiche Methode Mit der ich auch den Science-Fiction-Gang gebaut habe Es ist zumindest eine ähnliche Methode So, jetzt haben wir hier die 8x48 Blöcke Oder 48x8 Blöcke rausgelöscht Und jetzt können wir das Ganze hier markieren Und dann müsste das Ganze sich auch Ah, Moment, ich muss aufpassen Moment Ich muss jetzt aufpassen, dass ich es nicht hier an die Stelzen heranschweiße Das heißt, ich sollte es lieber hier heranschweißen Ja Muss man da aufpassen Das muss alles ineinander passen Vor allem darf man nicht die beweglichen Teile An die unbeweglichen heranschweißen Und umgekehrt Das führt nur zu Problemen Deswegen machen wir das jetzt hier so Jetzt funktioniert es nicht Warum nicht? Wo hängt es? Warum macht er das jetzt nicht? Manchmal ist das mit dem Schweißen Wie gesagt auch noch ein bisschen buggy Ich gehe jetzt mal hier hinten hin und drehe das einfach mal Da geht es wieder Komischerweise Obwohl es dieselbe Länge ist Warum auch immer Aber wir machen das jetzt einfach mal so Und fügen das genau hier an der Stelle ein So Und jetzt werden einige sagen Ja wenn du jetzt aber doch diesen einen Block da wo du es jetzt angeschweißt hast Weglöscht dann fällt doch das ganze Ding runter Also Profis wissen dass das nicht passiert Denn die Blöcke sind jetzt nicht nur hier angeschweißt Sondern über die ganze Länge Und auch hier sind sie angeschweißt Das heißt wenn ich jetzt da diesen einen Block lösche Passiert gar nichts Ja das bleibt da erhalten Und auf diese Art und Weise könnt ihr ganz einfach riesige Flächen an Blöcken ersetzen Das einzige ist hier Da muss ich dann nochmal eine extra Reihe machen Die ein bisschen kürzer ist Weil wie gesagt hier sind ja die beweglichen Flächen Die dürfen ja nicht weggelöscht werden Das heißt wir machen jetzt für hier hinten Machen wir das jetzt auch nochmal Muss ich auch mal schauen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Genau damit gehen wir jetzt nach hinten Man könnte wie gesagt theoretisch auch eine größere Menge an Blöcken auf einmal ersetzen Indem man zum Beispiel nochmal so zwei Einheiten zusammenschweißt Ja das würde gehen Aber ich habe mal für den Übersichtshalber Habe ich das jetzt in dieser Größenordnung gewählt Und damit ich nicht hier aus Versehen irgendwelche Halterungen lösche Die ich nicht löschen möchte Habe ich mir jetzt gesagt 8x4 Äh 48x8 so rum 8x4 Ist die beste Länge eigentlich Bilden wir das mal Und dann haben wir eigentlich schon fast die ganze Unterseite auf einmal ersetzt Und das innerhalb von Nicht mal 6 Minuten Wenn man jetzt meine Erklärung noch abzieht Und die Geschwindigkeit dazu rechnet Also ich wäre ja schneller wenn ich das nicht erklären würde und so Dann hätte man das innerhalb von 3 Minuten kann man das schaffen Wenn man natürlich die entsprechenden Teile schon vorgebaut hat Ja das ist natürlich das andere Man muss natürlich die Teile dann auch haben dazu Das dauert ein bisschen muss ich ganz ehrlich sagen Die Flächen entsprechend so aufzubauen Ja dass man dann halt auch die Längen hat Das ist ein bisschen unschwierig Was sag ich denn unschwierig Das ist ein bisschen kompliziert Man muss halt Man muss das halt erstmal alles bauen Ja das ist natürlich muss man das bauen Das ist so ein bisschen ein Ding Aber genau wie viele Blöcke sind das jetzt hier 1 2 3 4 5 Es geht auf lange Sicht geht es halt trotzdem einfach schneller Muss man mal sagen Ja So damit das jetzt hier nicht einbricht Baue ich jetzt hier einfach mal Die Stützvorrichtung auf Und lösche die hier weg Dann können wir nämlich hier noch einen Vierer einbauen An der Stelle Und dann passt das auch Dann machen wir Hier noch einen Vierer rein Und dann haben wir da nur noch eine Reihe an Holzblöcken Sozusagen Die wir ersetzen müssen Machen wir das mal hier Weg Also kann ich an der Stelle nur empfehlen Es geht auf jeden Fall schneller Als wenn ich jetzt jeden Block da unten einzeln Ja platzieren würde Ja das wäre Ein bisschen sinnlos Also es wäre schon möglich Und man könnte das auch durchaus machen Aber es ist halt schon irgendwie ein bisschen Es ist so einfach praktischer und schneller Ja So Genau jetzt nehmen wir nochmal den Lift zur Hand Ich meine Profis werden diesen Trick wahrscheinlich ständig anwenden Kann ich mir vorstellen Gerade wenn auch so Strukturen gebaut werden sollen Die aus diesen Einzelnen Blöcken bestehen Aus diesen Spezialblöcken Die man ja noch nicht aufziehen kann In Scrap Mechanic Werden Scrap Mechanic Profis diese Methode Schon verinnerlicht haben Die werden es wahrscheinlich gar nicht mehr anders machen In solchen Fällen wie hier Ja aber ich könnte mir vorstellen Der ein oder andere Ich ja selber ja auch Ich bin ja auch so ein Kandidat Ich habe das meistens dann auch immer alles einzeln gesetzt Dabei kann man ja wie gesagt eben Sich diese Arbeit eigentlich sparen Ja weil die Blöcke Das muss man ja auch mal sagen Die ich hier setze Die sind ja schon eingefärbt Das ist ja auch so ein Vorteil Guckt mal Wenn ich jetzt hier drücke Entferne ich ja gerade die Farbe Das heißt Das war jetzt schon eingefärbt Das heißt die Farbe wird ja auch mit kopiert Ja das heißt Man spart sich sogar auch noch Dieses ewige Glicke mit dem Einfärben Das heißt Wenn ihr wirklich größere Flächen habt Die ihr mit diesen Blöcken Einfach weil ihr vielleicht den Look gerne mögt oder so Die ihr einfach mit diesen Blöcken bauen möchtet Dann macht das einfach so Nehmt einfach diese Blöcke Moment jetzt muss ich mal gucken Ja genau War mir gerade nicht sicher Aber ich muss ja hier löschen Genau weil ich möchte ja jetzt diesen einen Streifen Den möchte ich da jetzt ja noch weglöschen So So und jetzt müssen wir Das Ganze noch mal bilden Und dann müssen wir Eine Reihe raus löschen Wir fräsen jetzt quasi einfach Ja das ist wie bei einer Fräse Ich muss mir noch gerade mal angucken Wie viele Blöcke sind das hier Eins Zwei Drei Vier Genau und hier auch Eins Zwei Drei Vier Genau Kann man ja schon mal so Oh nein Das ist Manchmal passiert das Bei Script Mechanic Da hält man irgendwie dann aus Versehen die Taste gedrückt Und dann Ersetzt man Blöcke die man gar nicht ersetzen möchte Das ist immer so ein bisschen so eine Sache Ja gerade wie diesen hier Den wollte ich dann überhaupt nicht ersetzen Und das sind dann meistens immer die Sachen die bei mir Unnötig Zeit kosten Ja weil ich dann einfach Irgendwie doch einen Block zu viel weglösche So ich hoffe jetzt fällt da oben nicht die Verschalung runter Aber die müsste eigentlich mit mindestens einem anderen Block noch festgedengelt sein Wir werden es ja gleich sehen Ob es runterfällt oder nicht Wenn es runterfällt muss ich es halt wieder anschweißen Zum Glück ist das mit dem Schweißentour jetzt alles kein Thema mehr Wenn man irgendwas falsch abgeschnitten hat Passt das ja eigentlich alles noch So und hier löschen wir mal auch noch die Blöcke weg Einfach mal spaß und zahlen wir mal was können Die werden ja dann eh nochmal ersetzt So also wir müssen jetzt hier Das ganze folgendermaßen weglöschen Eins, zwei, drei, vier So das sind die vier Dann müssen wir hier runter gehen Flup, 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 flup Auch dieses löschen Das geht viel schneller Selbst wenn ich das jetzt hier einzeln weglösche Das geht viel schneller als wenn ich jetzt Diese Reihe da hinten einzeln setzen würde Ja Weil man haut ja dann doch immer Wenn man die Blöcke schnell platziert Immer mal gerne mal daneben Trifft den Block nicht richtig und solche Geschichten Ja Und so ist es halt einfach besser So lösche ich hier halt nur diese eine Reihe raus Und hier fangen wir mal gleich direkt wieder von hier an Eins, zwei, drei, vier Ja ich versuche es jetzt mal heute ganz professionell zu machen Mit anderen Worten Ja heute versuche ich mal richtig professionell auszusehen Bei den Sachen die ich hier baue Und wie ich es baue Damit wir auch mal ein bisschen was schaffen Und damit ihr auch mal so ein bisschen So ein paar Tricks drauf bekommt So genau Jetzt haben wir das so rausgefräst Und jetzt müssen wir das eigentlich nur Entsprechend vernünftig anschweißen Und zwar Müssen wir das anschweißen Welchen Punkt habe ich jetzt gewählt? Äh Muss ich mal gerade nochmal gucken Ah ja genau Ich habe das so gemacht Dann muss ich das hier hinten festmachen Irgendwie Moment So mal gucken Habe ich das denn jetzt hier ne? Muss ich das so drehen Und dann hier reinschieben Ja genau Und das platzieren wir jetzt da einfach hin Ha Und schon haben wir wieder Die Holzblöcke ersetzt Nicht schlecht Jetzt fehlen nur noch die hier in der Mitte Ja da muss ich jetzt aber gerade mal abzählen Wie viele das sind Oder nein Wir machen das cleverer Wir zählen ab wie viele das hier sind Das sind nämlich hier Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Okay Acht mal zwei Sind 16 Das heißt wir müssen von unserer 4 mal 4 Reihe Wenn wir die jetzt bilden Auf jeder Seite 8 entfernen So dass wir 16 entfernen kriegen Das heißt wir machen jetzt so Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht So die müssen wir jetzt entfernen Das heißt wir müssen hier reinschneiden Genau dann nehmen wir das hier auf den Lift Und löschen das Ganze Ich meine ich hätte jetzt auch an einer Seite 16 wegmachen können gleich direkt Aber jetzt kann ich auch hier rüber gehen Und von hier nochmal 8 abzählen Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht So Wunderschön Dann nehmen wir das hier auf den Lift Löschen das weg Flup Und jetzt haben wir entsprechend die Breite die wir brauchen Jetzt könnten wir das theoretisch nochmal auf den Lift nehmen Nochmal abspeichern So wir haben ja jetzt 16 Blöcke entfernt Das heißt es sind jetzt nicht mehr 48 Blöcke Sondern es sind Oh Gott Kopfrechnen 38 32 Blöcke 32 32 mal 4 So Und das können wir jetzt nochmal laden Wir können ja mal abzählen Wie viele haben wir denn hier eigentlich Wie viele müssen wir denn hier eigentlich ersetzen Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Zwölf Dreizehn Vierzehn Fünfzehn Okay eine ungerade Zahl Das heißt wir brauchen dann wieder Einen Eine Reihe Eine extra Reihe Die müssen wir dann wieder rauslöschen Aber wir können auf jeden Fall schon mal Acht Hinzufügen Die schweißen wir wieder zusammen Wie wir das gerade schon gemacht haben Mann ich fühle mich heute so Ich fühle mich heute echt Wenn man das so erklärt Und wenn man das auch alles so gleich so funktioniert Dann fühlt man sich so professionell Ich weiß auch gar nicht was da los ist ehrlich gesagt Gerade das ist voll unheimlich Das ist voll unheimlich Gerade So Moment Also jetzt haben wir hier Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Das ist heute Der Höhepunkt der Effizienz in meinen Videos Muss ich mal echt sagen Das kennen ja vielleicht einige gar nicht von mir Einige werden jetzt sagen Was ist das für ein Spielbär Was haben die Außerirdischen mit dem Spielbär gemacht Holt ihn zurück Er ist entführt worden Und ausgetauscht worden Ja Was soll ich sagen Ich will es halt auch mal Auf eine etwas andere Weise probieren Ja man muss ja Muss ja auch mal seinen Horizont Ein bisschen versuchen zu erweitern hier Man kann ja nicht immer nur dieselbe Suppe kochen Jedes Mal Okay habe ich jetzt zu viele Blöcke hier Warum geht das jetzt nicht Ne es müsste eigentlich genau passen Dann muss ich es wieder hier anschweißen Und dann drehen Das alte Lied Ja ja natürlich Warum auch nicht So da haben wir das ersetzt Und jetzt brauchen wir das gleiche noch einmal hier Wie viel haben wir hier Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Genau das waren sieben Das heißt wir brauchen Nochmal genau die gleiche Menge Minus einer Reihe Die müssen wir dann halt einfach ablöschen So Ich muss auch mal eine Sache lobend erwähnen Scrap Mechanic hat hier die Performance nochmal deutlich verbessert Ich meine ich habe auch nochmal Performance Verbesserungen vorgenommen Ich komme da gleich dazu Ich mache das gleich fertig Aber ich habe hier auch nochmal Performance Verbesserungen vorgenommen Ich habe diese Sache die hier an den Bearrings dran hing Die habe ich jetzt aus festen Blöcken gebaut Ja da sieht man den Unterschied eigentlich fast gar nicht Aber es ist ein signifikanter Unterschied was die Performance angeht Weil jetzt muss da keine Bearing mehr berechnet werden links und rechts Und ja auch hier da bei diesen Schrägen habe ich das gemacht Also bei den Wänden da habe ich hier den Anfang den habe ich so angeschrägt gelassen an der Bearing Aber den Rest habe ich aus festen Blöcken gebaut Also diese ganze Wand da links und rechts Da bei der Crew Kabine Die ist nicht mehr drehbar Also die ist nicht mehr aus einer geneigten Wand besteht die nicht mehr Sondern aus einer festen Und ich finde schon dass das einen wichtigen Unterschied ausmacht Jetzt bei der Performance Weil jetzt einfach vier Flächen wegfallen Wie sich normalerweise gedreht hätten Also die an Bearrings fest hängen Und das spart nochmal Performance ein Trotzdem ist es aber vom Scrap Mechanic her auch nochmal Nochmal leicht optimiert worden Also man merkt dass es hier einfach flüssiger läuft Jetzt im Vergleich zum letzten Mal wo wir am Shuttle Lambda gebaut haben Also meine Verbesserungen und die Verbesserungen Von Scrap Mechanic aus Haben einen signifikanten Unterschied Bei der Performance jetzt gemacht So genau jetzt müssen wir das noch einmal laden Und jetzt müssen wir Das Ganze gleich mal zusammenschweißen Und dann müssen wir eine Blockreihe löschen Weil wir brauchen ja hier nur Wir brauchen ja hier nur sieben und nicht acht Und jetzt haben wir ja acht In der Z-Achse sozusagen In der gedachten Von der ich vorhin schon einmal sprach Und ich schaff das tatsächlich In einer Folge diese riesige Fläche an Blöcken zu ersetzen Das ist der Wahnsinn Das ist der absolute Hammer Darf ich das mal sagen Als mal ehrlich Wer von euch hätte damit gerechnet Einige haben sich damit bestimmt schon abgefunden Dass das Offscreen passiert Andere haben sich wahrscheinlich gesagt Das wird eine elendig lange Aktion werden Die ich da durchziehe Wenn ich da wirklich alle Blöcke Die aus Holz sind ersetzen will Aha Pustekuchen Von wegen Ihr habt nicht mit der Schlauheit des Bären gerechnet Oh Aber ich glaube jetzt habe ich einen Fehler gemacht Jetzt hat er das glaube ich da ran gesnappt Da drüben oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher Ich muss es mal auf den Lift nehmen Und mal anschauen Weil nicht dass er das jetzt an die An die beweglichen Flächen ran gedengelt hat Das wäre nicht so gut Schauen wir mal Wenn ich jetzt den Das Schweißentool nehme Ah ne okay Das ist alles gut Ne ne Genauso muss das aussehen Die sind noch extra Separat Die sind nicht verbunden Okay Ne ne ist alles gut Ist alles richtig Weil das sah gerade so irritierend aus Wie er das an die eine Weil das hier an So plötzlich geblitzt hat Da an der einen Reihe So wir sehen Wenn das Ganze vom Lift genommen wird Bricht die Performance doch nochmal etwas ein Das gibt sich aber nach einem Moment Weil jetzt natürlich die Flächen Alle in Bewegung waren gleichzeitig Und sobald sich das alles ein bisschen Ja ich sag mal gelevelt hat Beziehungsweise spätestens wenn man das Ganze hier nochmal geladen hat Dann ist die Performance wieder normal Das heißt ich versuche es auch gerade zu vermeiden Das ganze Objekt auf den Lift zu nehmen Weil dann die Performance immer recht radikal nochmal einbricht Ja Aber so momentan geht es eigentlich So ich würde sagen an der Stelle sind wir auch wieder am Ende dieser Folge Ich lade jetzt einfach hier nochmal die Welt neu Damit das Geruckel aufhört Und dann können wir in der nächsten Folge weiter machen Dann werde ich nämlich auch nochmal Flächen ersetzen Hier sind ja immer noch große Flächen Die neu aus Holzblöcken bestehen Das will ich unbedingt noch ersetzen Ja das müssen wir unbedingt nochmal machen Das machen wir auch in der nächsten Folge Bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic Bis dann Ciao Ciao